Ich arbeite gerne bei Schmiede, weil mir persönlich die Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team zwischen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden sehr viel Spaß macht. Wir betreuen motivierte Patienten, die nach einer Reha bei uns vielleicht noch weiter trainieren möchten, wie hier im Geräteraum. Aus dem Grund kann ich meinen Anspruch an evidenzbasierte Therapie und kreativer Abwechslung perfekt vereinen. Und das alles mitten im Herzen von Stuttgart.